Guten Abend, und nun folgen die neuesten Corona-Rakisten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Coronavirus hat uns weiterhin im Griff. Die Neuinfektions... Ach, total langweilig. Immer nur dasselbe. Ich kann's nicht mehr hören. Mal was Neues sehen, erleben, hören, oder? Ja, würd's auch gerne mal machen, aber es ist halt nicht so leicht in diesem Sommer. Na klar! Mörschig! Natürlich, Mörschig, wie konntest du das vergessen? Im Übrigen 2.0, oder? Ja, klar, und spiel sogar mit. Und das ist wirklich mega gut. Und weil wir mitspielen? Stellen wir uns jetzt mal vor. Ja. Also, ich spiel die Geli und spiel in dem Stück die Miss Paddy. Ich hab ne kleine Fahne und verkaufe schlechten Brandy. Also zumindestens behaupten, dass die Männer sind. Das hab ich auch mal gehört. Ach, na egal, ich räumsch riesig auf meine Rolle und natürlich auf euch als Zuschauer. Ja, und ich bin der Sully, ich verkörpere den Mr. Rollins. Und ich bin auch voller Vorfreude, weil ich einen großen Deal über die Bühne bringen möchte. Das Problem in dieser ganzen Geschichte, es ist wahrscheinlich jeder so ne ehrliche Haut wie ich. Und deswegen könnte ich in eine Falle tappen. Um das aber zu verhindern, müsst ihr kommen und mich unterstützen. Genau. Und deswegen, kommt vorbei. Wir freuen uns nämlich auf euch. Im September. Tschüss. Tschüss.